. Herzschu, komm zurück. Fragmental ist das Spiel. Booty führt. Weiter geht's. Seid ihr bereit? Nein, 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 go! Oh Gott. 45, 45! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Alter, was war ... Oh, ich lebe noch. Verschwörung. Ich glaube, ich habe einen gekriegt. Absolut. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe zwei gekriegt. Das war jetzt blöd. Alle auf Budi, oben links. Alle auf Budi. Er hat es sich verdient. Bleibt ihr alle stehen? Nein. Der Blaue ist sehr mutig. Blau, ich merke Blauenstein. Guckt euch das an. Noch ein Schritt Blau. Für alle Leute, die neu dazugekommen sind. Ich bin gelb. Schnell zurück. Warum? Was habe ich gesagt? Wer ist Budi, Simon? Wer ist Budi? Alter, Simon. Das darf nicht wahr sein. Simon hat einfach, ey, der hat einfach alle weggeguckt. Simon hat es halt auch echt gut gemacht. Er ist halt echt gut. Kann man nichts machen. Ganz genüsslich. Voll gemütlich. Mit Zeit, ey. Ich glaube, so haben die sich das auch gedacht. So wollten die das. Toll, ich habe ein Powerglove hier. Was soll ich denn damit? Ja, über die Ecke springen natürlich. Ach, das kann man... Oh, Kugel. Oh, nein, die haben gepasst. Nein. Du wurdest in der Luft weggeknallt. Powerglove bringt nichts hier. Shit. Todes Urteil. Powerglove. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, da kam... Da kam jetzt der Rand vorbeige... Okay, also, Eddie ist echt gefährlich da. Du führst, du Lava-Handels. Oh, ich hab mich auch. Ich bin runtergefallen. Aber ich hab... Meine Güte! Wenigstens einer, der es in die Hand ist. Pff. That's what she said. Du willst ein, ja? Prepare, engage. Geh weg. Also, ich sag nur dem Fehl... Mit ein bisschen Zielwasser hat das funktioniert. Jetzt holen wir noch einen, ne? Oh, leer. Scheiße, ich bleib hier. Ah, grün... Alter, Simon, ey. Sei froh, dass ich... Alter, Simon... Es ist ja nicht so schwer. Es ist aber auch nicht so einfach. Was, wieso verlier ich denn ein Leben? Simon führt. Nein, nein, es war... Zwischen Ede und Nils war es doch vor eben noch. Ey, diese unfassbaren Intrigen, die er immer schnürt. Der Friller ist ja auch Scheiße, ey. Nee, der ist geil. Der schießt so die Wände durch. Hast du das? Ja, aber das ist erst mal Treppe. Du dreckiger... Nils, du bist wirklich ein Gans. Oh, da kommt die Wand. Du blöder... Wie heißt das? Held. Camper. Camper war das Wort, weil ich es suche. Bin auch noch reingerannt. Wissend. Was? Alter, bist du direkt vor mir plötzlich rausgekommen. Alter, Simon. Ich raff immer noch nicht genau, wann die durchgehen. Jetzt führt er die aber. Und Simon auch. Wir sind alle drei gleich. Alle auf euch. Alle auf uns. Ich weiß nie, warum man da gewinnt oder verliert beim Powerglove. Ich sehe nur Explosionen und danach bin ich meistens weg. Hold 2! Das war gut. Oh! 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 Alles auf Budi. Oh nein, nicht schon wieder so was. Der Budi. Alles auf Budi. Wir jetzt zur Gefahr. Blau ist Freund, ja? Blau ist guter Kumpel. Alter, das ging schnell. Blau hat mich weggeknöpft. Blau ist superblau. Oh, 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 der Budi. Der Budi kann jetzt mit der Runde schon alles klar machen. Jetzt gewinnt er. Sag's nur. Okay, ausnahmsweise mal wirklich alle auf Budi. Schwein! Ist er weg? Ja. Okay, gut. Ey, ey! Ha, ha, ha! Schiff, was war denn da? What? Ich hab keine Ahnung, warum ich lebe. Ne, Nils hat mich weggehauen. Ich hab mich selber geklärt. Ey, das ist doch nicht... Wenn zwei sich töten, überlebt der Drittel. Das ist doch nicht der Möglichkeit, zu stecken. Sehr, sehr, sehr. Wie, was, wie... Alter, Lila, ne? Wie alle Lila in den Rücken zukehren. Alter, ey, Eddie. Oh, nein! Halt auf Lila. Lila, Lila, Lila. Ey, blau doch nicht, ihr Doofköpfe. Lila, super hauenlos. Lila, weghau. Okay, gelb, jetzt ist gelb das Problem. Nein, jetzt ist grün. Grün ist das Problem. Wieso grün? Ich hab vier noch. Ich kann's gar nicht... Ich schau nicht blau, Mann. Gelb, gelb, Budi, Budi, Nils, was ist mit dir los? Ich helfe doch vier. Nein, Nils! Du hast überhaupt nicht geholfen. Doch, ich bin der beste Helfer. Guck mal, das ist super gut gelaufen für alle. Fuck. Für alle Beteiligten. Du hast taktisch geholfen, du hast dir geholfen. Wer mir hilft, hilft auch mir. Slow motion. Wer mir... Okay, das ist ganz geil irgendwie. Ja, das riecht mir an. Wow. Selbst in die Luft gedacht, ich schuze. Na! Mach schon wieder, Mann. Komm schon. Jawohl! Ist es das? Nee, ist es nicht. Hä? Ich hab nur einen erwischt? Okay, jetzt mach ich einfach alle drei. Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, super guter Plan von mir. Oh! Oh, super guter Blaui, ey. Blaui ist... Da war ja gar keiner mehr. Blaui ist der blauste der Welt. Hör auf jetzt. Ich hab leider... Manchmal weiß man nicht, welche Wände man rühren darf. Ja, ich hab... Oh nein, invertiert. Oh, ich hasse es. Das ist das Allerschlimmste. Ja, das ist echt... Simon. Ich... Ah! Oh! Oh! Simon, schieß doch! Ja! Nein! Super Simon! Oh Gott! Wieso ist denn der da hingeblieben? Weil... Oh, das ist knapp. Oh nein, oh, es ist knapp. Jetzt ist wieder ein neuer Führender aufgetaucht. No, der beste Uli von Würde. Oh nein, Nils! Was, wieso bin ich denn schon wieder gestorben? Ich rass es nicht. Oh! Der hätte mich eigentlich treffen müssen. Du, ja, das seh ich nämlich auch so. Wo ist die Fairness-Behörde? Nein! Wo ist die Fairness-Behörde? Kommen wir her. Und jetzt wird geschossen. Jeder darf mal. Ja, ich glaube. Scheiße. Ja! Grüüny! Ah nee, ich bin ein Blau. Simon ist vorne, ne? Nee, wir sind ungefähr auf einem Level. Aber, aber... Oh Mann. Ich hab dich glaub ich manchmal gestorben. Ey, das ist doch nicht zu fast, dass man sich selber so... Komm. Hab ich ja voll. Achtung! Achtung, kriegt da auch noch einen... Nein. Oh! Komm auf doch bitte. Bitte, bitte, bitte. In-Game. Scheiße, Todsch! Oh, was mach ich denn? Yes, yes, yes! Yes! Das war nicht schlecht, das hast du gut gemacht. Boah, das war echt knapp. Jetzt bist du tatsächlich der dritte Gewinner. Wer fehlt denn noch? Wer ist denn der schlechteste dann? Weiß ich nicht, du warst der zweite Gewinner. Du warst der erste Gewinner. Und Haar ist breite. Haar ist breite, ja. Eddie zeigt gerade so auf sich. Einfach hoch, oder was? Jawohl! Für Ede! Für Ede! Ede, Ede! Oh! Das geht so schnell. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Was gibt's hier? Das ist ein Sniper, wenn ich jetzt hier gegenschieße. Wie machst du das, dass du stehen bleibst? Einfach nicht bewegen. Vielleicht die Definition von nicht bewegen. Oh, das war schnell doch. Das war nicht schlecht. Ah! Ich dachte schon. Ah! Wie gewonnen. Okay schon. Komm, Uli, ey. Sei der beste Uli, der es auf der Welt gehabt hat. Ey, die Flacke ist scheiße, merkt euch das. Du rennst immer nur in die eigenen Schüsse rein. Die Flacke ist völlig nutzlos. Alter! Ja. Deine Schrapnel, oder was? Super gemacht gewesen. Komm, Uli. Was ist das hier für ne Waffe da? Oh, warum bleibt das denn hängen? Alter. Driller. Oh, Alter. Ey, das ist reines Glück. Der ballert einfach nur an der Wand und weiß, dass es ihn sucht. Das ist Ziel suchen. Sniper. Ja, komm mal, Alter. Kannst mir ja viel erzählen. Kann mal einer in meine Minen reinlaufen bitte? Ist das für euch, ist das machbar für euch? Ich will mal sehen, ob man dann tot ist. Kann mal einer, ja. Oh, was? Komm doch ruhig. Mach, Anton. Oh, ich bin in meine eigene kacken Mine rein, ey. Wie ich hier gerade festhing. Oh. Punkte für mich. Das war, äh. Aua. Was ist das? Ey, das ist aber echt gemein, wenn man keine gute Waffe direkt nehmen hat. Oh, Simon. Das sollte nicht wahr sein. Simon ist grün. Eddy ist tot. Nils ist blau. Ich bin auch tot. Wie hast du das überlebt? Das waren zwei frontale Treffer. Habt ihr euch gegenseitig? Ja, doch. Man kann die Homing-Misters gegenseitig abballern. Alter. Nils? Yes! Überleber! Das war wirklich schön. Ach komm. Sogar noch ein, ach. Ready. Pistole. Ach man, der kriegt direkt eine SMG. Was willst du da machen? Komm selber weggeballert, ich vollidiot, ey. Ruhig. Ruhig. Da rangehen. Oh nee, nicht die Flak. Stehen gemeinsam vor der Tür. Alter, was war das denn? Du bist weggefrotzt, ne? Warum bin ich denn weggefetzt worden da? Hallo? Wir spielen das Spiel wie Tetris, kann das sein, bis keine Linien mehr da sind? Ja. Und da kommt eine Linie. Oh, Grüni, Mann. Mit Ankündigung. Warum denn, Grüni? Ich hab die anderen noch behakt. Alter, Simon. Und dich auch noch. Oh shit. Das war nicht schlecht. Ich glaub, jetzt raff ich diese, wie heißt diese Beamer-Nummer? Ich weiß nicht mehr, die heißt irgendwas mit Lime. Oh, jetzt hab ich die Kraft geschickt. Nein! Was soll denn das? Ey, das darf nicht wahr sein, Nils. Dass du diesen einen Kack-Mini-Winkel noch triffst. Nein, wir haben's beide verdient, find ich. Oh, überlebe ich. Survival. Wer führt dich nicht? Alle auf den, der führt. Alter, warum? Oh, oh, oh. Okay, einfach nur überleben. Alter. Warum, Eddie? Was hast du gegen mich? Das ist immer für dich. Die sehen sich als größte Gefahr. Aber du willst doch gewinnen, ich hab dich angefeuert. Willst du, dass das kippt? Gut, ich hätt eh nichts verloren gehabt. Das ist grade wirklich die schlechteste Runde bisher. Der mit der Krone ist übrigens immer der ... Schon wieder Flak! Äh. Der grade vorne ist, oder was? Die Flak ist wirklich schlecht, oder? Ey, die Flak ist geil. Guck mal, Buja ist grade ... Ich kann damit auch einfach nie umgehen. Sind das alles Redeemer? Ja, tatsächlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist der Redeemer nochmal? Riesenerakete, die du dann aber auch mit dem rechten Stick glaub ich, wenn du die abgeschossen hast, kannst du mit rechts nochmal die Richtung bestimmen. Das ist der Driller Scheiße. Der geht durch die Wände. Redeemer ist auch so eine Selbstmordwaffe. Alter, was war das denn? Super, Nils. Uli. Slow progress. Was? Das war mein Driller, glaub ich. Kann übrigens auch durchs Teleport ballern, ne? Krass. Hammer. Scheiße. Spannend. Boah, ja. Ich hatte auch keine Muni mehr. Ganz schön schlecht. Ja, äh ... Kann man schon auf Nils gehen, ja, ne? Kann man schon sagen. Es ist wieder soweit. Ich hab dieselbe Idee gehabt, nur eine Sekunde zu spät. Oh Mann, ey, ich komm aus dem Keller nicht raus. Aber guck mal, wir sind schön auf einem Level. Ist doch ... Ja, genau. So, ich nehme den Homing und schieße auf irgendwas. Und, Alter, Eddie, wie du's unbedingt wolltest, du Schwein. Hab ich gewischt? Ja. Mit dem Homing-Launch hab ich das geschossen. Ja, hab ich auch. Scheinbar kann man da rüber springen oder was. Ich hab dich nämlich auch ... Das hab ich vorhin versucht, hat's nicht geklappt. Alter, das kann doch nicht angehen. Das sind meine eigenen ... Sind die dumm im Gehirn, oder was? Wo sollen sie sonst dumm sein? Und die attackieren mich? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber das ist doch ... Ich schenke ihnen das Leben und die schenken mir die tot, oder was? Wie ungerecht ist das denn? Oh, wer schießt denn hier durch alles durch? Das war ich. Das war geil. Respekt. Plötzlich kam die von überall. Ich hab einen Driller gekriegt und hab mich einfach draufgehalten. Das war ganz cool. Das ist aber auch Glück gewesen, ne? Ja. Eddie, du bist so berechbar, in deinem Wahn gegen mich zu kämpfen. Was ist da los? Ah! Deswegen heißen die Ho-Ming. Ho-Ming! Naja, auch die Gags werden nicht besser, ne? Wir sind ja auch schon Level 100 hier. Oh, du hast so Glück gehabt, Budi. So Glück! Alter, was ... Ja. Grüni, warum opferst du uns beide? Ich weiß auch nicht, das war dumm. Ja. Ich wollte es so gern. Bam! Der Rocket Launcher kann er, ne? Kacke! Aber das schon wieder, das ist fiese. Kann man sich auch schon vorher wegtadeln, ne? Paddel. Paddel, paddel, paddel! Oh! 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 Völlig unverdient. Hat gelb gewonnen. Ich bin hochgesprungen, du hast mich in der Luft runtergeboxt. Ja, cool. Echt? Ja. Cool! Supercool! Ich fand's gut. Alter, was? Ne, wieder zu. Oh, das war doch gemein. Oh! Was? Oh, ne. Cool! 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 Hey, jetzt geht das ja wieder. Das ist doch schön. Welchen nehm ich? I take the Driller. The Driller is a friend of mine. Oh, da ist es, homing ist da. Fertappen. The End of Mine. Redeemer! Oh Gott. Ich hab ihn sogar gelenkt, diesmal. Hat mal, einmal geklappt. Hm. Immer die gleichen Level. Ah, Driller. Ja, also ... Wie ist der Driller? Oh, das kann doch gar nicht sein. Ey, wie groß kann ein Explosionsradius eigentlich sein? Ey, Budi, ne? Ich sag's nur. Alle aufhören. Das interessiert euch wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber ich sag's trotzdem mal. Was? Wie, Idiot? Wie? Oh! Das warst du wieder, ne? Ne, ich nicht. Oh! Yes! Yes! Diese kleinen Fritzl-Spiele. Das sind immer so ... Viertel mein ich, nicht Fritzl. Du bist ja Fritzl-Spiele, ja. Ready, engage. Das war wirklich gut. Hör auf! Du mit deinen ... Die gemeinen Hände! Jetzt, 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 jetzt! Oh! Ja! Das sind alle! Nice! Yes! Ich renne auch noch Kacke rein, ey! Supergut. Man muss einfach nur schlecht sein, dann seid ihr auf meiner Seite. Oh, ey, das war gemein von Grün. Boah, weggefrackt. Wieso geht ihr nie auf Budi? Erklärt mir's doch mal! Ich geh immer auf den ersten, den ich lebe. Ja, aber geh doch mal auf Budi! Okay, gut. Dann jetzt auf Budi. Geht doch mal auf Budi. Ich guck genau hin. Der Nils kommt wieder zu mir. Mhm. Ich wurde von Budi. So, ich mach Budi Platz. Und dann mach ich noch den Simon Platz, so. Fuck, nein! Werd schon wieder gepunktet, der Budi, ey. Ja komm, wir müssen den nächsten Mal aus. Sag's immer einen mit. Okay, Verbot gegen ... Man muss zuerst gegen Daniel kämpfen, sonst verliert man, okay? Ich hab Budi erwischt! Okay, dann bist du jetzt ... Ich hab Simon erwischt. Shit. Ihr seid wirklich lame. Super! Das war sehr gut! Alter, der Driller! Oh Gott! Hallo! Nein! Wie geil ist das denn? Das war so gut! Ready. Attack. Redeemer! Nein! Ich Idiot! Nein! Ich hasse die Waffe so sehr! Das ist die Suizid-Kanone. Welche denn? Ich hab die auf die Suizid-Kanone. Die Flak. Scheiß Rock. Oh nein! Auf gelb! Auf gelb! Auf gelb! Ja, gelb oder orange? Ey, ich bin blau, Mann! Blau, Mann. So, ich hab ihn runtergehauen. Dann auf grün! Grün! Ah! Grün! Grün! Ah! 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 Das ist wirklich gut! Ah! Okay. Also für alle Leute, die sich fragen. Normalerweise würde Andy jetzt irgendwas anderes spielen. Aber wir haben gesagt, nein. Mach keinen Sinn. Das ist wirklich das beste Amp. Das spielen wir nur noch. 24 Stunden jetzt. Ah! Nein! Rache des Discs! Hä? Wie sollt keiner von euch einen Minuspunkt erhalten? Oh! Geh doch mal weg! Komm her! Alter! Komm her, Budi! Ich hab noch einen Schuss! Alter, wie ist das denn? Du bist immer so eine Hure! Ich geh auf Budi hin und du kommst von hinten ran! Ich brauch Punkte! Man kann dir so nicht vertrauen! Das stimmt überhaupt! Das ist so krass, was du... Oh! Oh! Was?! Wo denn?! Wo denn?! Wo denn?! Wo denn?! Wo denn?! Wo denn?! Da! Okay, alle auf Pink! Ja, alle auf Pink! Alle auf Pink! Alle auf Pink! Ich geh nicht auf dich, Budi! Ich geh auf Pink! Es sei denn, du bist auf mich denn! Nein, ich bin runtergefallen! Oh! Krass aus! Oh! Oh! Diese Homing! Das war ein guter Schuss! Wer hat der geschossen? Wer war das? Du selber! Oh! Es war ein guter Schuss! Es war ein guter Schuss! Es war ein guter Schuss! Du hattest stoppt! Ja, gut, okay! Ich wollte warten, bist du auch... Ich hab gewartet! Ja, und danach... Ja, ist ja gut! Ja, hast du recht! Ich kann ja nichts gegen den Scheiß! Eigentlich weint schon! Jetzt hör mal auf mit dem Kack! Okay, alle auf! Budi! Budi ist rechts! Es ist keiner mehr da! Es sind nur noch wir zwei! Da! Das Todes-Symbol! Hol es! Oh! Ja, du! Oh! Let me see it! Es ist so schlimm! Oh! 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 Schrapnel-Gambans! Schrapnel-Fies! Alter, Eddie! Alter, was hat mich denn schon wieder? Ich versteh, immer wenn ich gefracket, werd ich auch gefrackt! Als Strafe! Ich war das! Wie denn? Ich hab weit in den Hintergrund geschossen und dann Nils, geh weg von der Waffe! Aber du auch! Oh! Das war gut! Schnell und gut! Daniel! Eifer! Ey, Eddie! Ey, Eddie! Eddie, du bist so ne Bure! Ich geh nur auf Budi, weil du gehst immer auf mich! Okay, Budi, ich geh nie wieder auf dich! Ich lass dich jetzt gewinnen! Aber der Long-Distance-Freck ging nicht mehr so gut! Nee, du hast alle drei erwischt! Was ist mit dem Edi los? Eddie hat alle drei erwischt! Man kann wirklich so viel verraten! Es war so super von mir! Es war so super von mir! Kann sein, dass hier alles nur auf mich geht! Ich hab wieder von meinen eigenen Schuss! Warum? Alter! Alter! Ach, die können voneinander abprallen, die DIN da übrigens! In dem Moment kommt der Zaun raus, ne? Weitermachen! Wo bin ich denn? Tschüss, Kliwon! Warum? Weil du schlecht bist! Okay! Wie? Was hat mich erwischt? Ich versteh es nicht! Die Power Gloves sind sich erwischt, bitte! Hab ich dich? Nee! Du hast abgestaubt wieder mal! Edel kommen, ne? Ja, logisch! Edel kommt die ganze Zeit. Du da, du da! Boah, was? Boah, da kannst du ja gar nicht wegkommen! Was hast du für ne Waffe da gerade? Yes! Das war die SMG! Nee! Homing Misser war das wieder! Nee! Meinst du mich oder? Können wir jetzt mal alle auf Booty gehen? Okay! Nee! Das hast du dir verspielt! Alter, die schlechten! Das mach ich nicht nochmal! Ich krieg's nicht hin! Ich auch nicht! Und nie zu sein, wenn du stehen geblieben! Nein! Das ist unheimlich! Das klingt so lame, ey! Das klingt so lame, ey! Das klingt so lame, ey! Das klingt so lame! Aus so vielen Gründen irgendwie! Irgendwas! Boah, da wollten! Yes! Ja, Pudi, ne? Oh! Nils! Hast du mich in der Luft weggekommen? Knödelt! Ein bisschen in bei der Power-Handschuhe! Nee, Mann, ich wollte doch auch grad schießen, ey! Sorry, Simon! Ich war halt schneller! Ich hab sogar einen Punkt bekommen! Schrappne! 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 Ja, so, das hast du davon, dass du gelauert bist! Schrappne! Schrappne! Also, mich nerven die Symbole! Dass wir immer so komplett bildschimpfen sind! Wieso ist der denn so langsam plötzlich? Eieiei! Nichts geht! Come on! Schön gelauert, Daniel! Aber nicht auf dich! Da kommt der Ede ausm Teleporter, hast du gedacht! Du bist paranoid! Du hast einen, du hast... Oh! Mit so einer langen Vorlaufzeit, wenn du gesehen hast, wie der Schuss kam! Du musst mal zum Psychologen! Gott gleich! Warum du immer auf mich gehst! Ich bin schon beim Psychologen! Hallo, der geht immer auf mich! Wo geht der denn immer auf dich? Der guckt nur, wo ich bin! Und dann schießt der da hin! Oh Mann, Eddie, ey! So, ich... Oh Mann, Eddie, ey! Wieso hat's denn, ey? Ja, weil du so nah dran bist! Du kannst mich jetzt erschießen! So! Oh Gott, wie schlecht! Immerhin... Hast du dich selbst gekillt oder nicht? Ich hab dich auch noch erwähnt! Oh, Nils, ey! Mit Abstand die meisten Self-Kills! Mit Abstand! Keiner mag den Abgrund mehr als ich! Ein Leben am Abgrund! Nee, man mag Abgrund mehr! Alter! Eddie! Das soll schon nicht wahr sein! Ja? Alter, die Homing! Die war ja krass! Die war krass! Oh, nice! Hab ich nicht weggesnifed! Oh, ich wär fast... Gibt's ja noch einen, gibt's ja noch! Da war ich so abgelenkt von Edi! Kommt da! Oh, die Wand! Oh, da kommt die Wand! Oh, das ist der schöne Kill von der Wand! Okay! Okay! Das ist es mal wieder! Oh, Alter! Simon doch nicht! Alter, Simon! Nein! Ah! Und noch ein Eddie gewinnt euch! Oh Gott, oh Gott! Doch, oder? Nee! Doch! Ja! Eddie ist erster! Ach, dieser Dreckslevel! Ah! Geh weg! Lass mich doch! Es war klar, dass wir beide draufgehen! Es war so klar! Jetzt gehst doch in meine Kabine! Wieso? Wer hat denn den... Du hast sogar den Kill bekommen, Edi! Und ich nicht! Ach, da war... Nee, oh! Ah! Äh! Achtung, Bälle! Woll! Scheiße! Hab ich's? Hab ich's? Nee! Oh, shit! Einen braucht er nur! Okay, wenn Woody jetzt gewinnt, hat er gewonnen! Mal gucken, auf wen ihr draufgeht! Bin ich der Einzige, der auf Woody geht? Das kann's doch nicht sein! Ey, ey! Alter! Wo bin ich, wo bin ich? Simon! Retter, eurer Erde! Oh Gott! Wiii! Scheiße! Aber ein weniger, das ist gut! Wir haben wieder eine Chance! Wir sind wieder im Rennen! Blaui ist wieder mitten im Rennen! Das muss ziehen jetzt! Komm schon! Äh, komm schon! Alter, das war gut! Der auch immer geschossen hat! Keine Money mehr! Min, 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 min! Geh drauf! Oh, shit! Yes! Oh, Alter! Yes! Yes! Gut, jetzt haben wir geklärt, wer der Allerschlechteste ist! Ähm, aber auch wer der Allermestste ist! Wenn man nach Kürzen geht, bin ich auf jeden Fall nicht schlecht! Habe ich zwei oder dreimal den Zweiten oder dritten? Ja, aber zählt ja nicht! Achso, zählt ja nicht! Achso, zählt ja nicht! Zählt ja nur die Gesamtgesiege! Achso! Viermal Vizeweltmeister! Viermal weniger als einmal Weltmeister! Ist so! Normal! Ja, komm mal! Ja, wirklich! Was ist denn die Alternative? Haben wir, was da steht? Leider kein Shitty Voltron möglich! Nee, Shitty Voltron ist nicht viel! Warum denn? Mal gucken, ob wir es runterladen parallel! Ja, wir haben es einfach nicht! Ja, aber kann man das nicht schnell hier runterladen? Ach, wir haben viel Controller! Nein, die hier funktionieren scheinbar nicht! Die bei Shitty Voltron haben die nicht funktioniert! Genau! Okay, also Shitty Voltron für den Chat! Falls die Leute es gerade nicht gehört haben! Shitty Voltron können wir leider nicht spielen! Das heißt, entweder wir fangen jetzt für die letzten 40 Minuten Runde Civilization 5 an! Oder wir spielen das noch weiter! Das ist ja vom taktischen her sehr vergleichbar! Da kommt der wohl! Was? Da kommt der wohl! Ja, aber was ist die Frage? Sollen sie weitermachen oder nicht? Okay, die schreiben alle weiter! Also Beef ja, 50... Also im Moment ist 50, 50! Ja, und was ist bei Beef nein? Nein, was kommt denn dann? Da muss man denen vielleicht auch sagen, was die Alternative ist! Dann unterhalten wir uns jetzt! Das ist Schwarzbild oder was? Wollt ihr lieber Beef oder Schwarzbild? Ah, lieber Schwarzbild! Ja, wäre uns für uns auch recht! Ausrufezeichen Beef, Leerzeichen und dann ja oder nein! Je nachdem, ob ihr hier weiter Beef haben wollt! Was würde denn das geplante Trial beim Viking kommen? Nein, das ist ja auch Quatsch! Das ist ja Quatsch! Ja, wir können ja mal kurz gucken hier! Lad doch mal Shitty Voltron runter! Geht nicht! Okay, dann machen wir weiter, komm! Aber viele haben auch gesagt, sie wollen zu 5 sehen! Erstmal Päuschen! Erstmal Päuschen! Machen wir ein Päuschen! Danach gucken wir, was weiter geht! Entweder Trial beim Viking oder wie heißt das Spiel nochmal? Fragmental! 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 Fragmental!